Du bist eine Maschine. Abschalten, Speicher löschen. Stopp. Tu das nicht, Hildegard. Ich bin doch dein Freund. Ich will meine Ruhe haben. Willst du Musik hören? Bitte nicht. Das hättest du nicht tun sollen, Hildegard. Entschuldige, Hildegard, habe ich dich geweckt. Tut mir leid. Wie lange bist du schon da?